Hi Freunde und Lidl-Liebhaber, wir haben hier die Titania von Veko, eine 30 Schuss Doppelgold-Effekt-Batterie angeblich. Sie gab es im Lidl dieses Jahr 2019 für 9 Euro, NEM technisch haben wir hier 219 Gramm, genau schön scharf, 219 Gramm für die Titania und dann würde ich mal sagen gehen wir gleich mal raus zur Zündung. So jetzt die Titania aus dem Lidl. So jetzt die Titania aus dem Lidl. So eine schöne Gold-Batterie, für 9 Euro kann man echt nicht weckern eigentlich. Pfff, Puh! Pfff, 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 Pfff! ARD Text im Auftrag von Funk